So, hallo und alle zur nächsten Folge von Sky. Hallöchen, heute sind wir durch mit den Ewa-Folgen und es gibt wieder mich so high. Ja, dann, ähm, so. Ich hab hier ein paar Schilder gesehen. Ich hab mir 32 Dias gelegen, äh, geliehen, LG Rewe, bekommst du wieder. Äh, jo. Dann mach ich die auch mal weg. Besten Dank. Okay, ist kein Ding. Ich hab davon genug. Ich, äh, sammle die auch und, äh, ja. Das einzige Problem, was wir haben, ähm, die Produktion ist verlangsamt worden, weil die Ärzte einfach hier verlangsamt wurden. Also der Pulverizer generell wurde verlangsamt. Warte mal, warte, 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 kann man es hier sehen? Ja. Aber das, äh, dauert halt viel zu lang und deswegen, äh, he, 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 he. Ja. Nicht so gut. Was ich aber zwischendrin mal machen kann, ich hab hier noch ein bisschen Compressed Gravel auf Vorrat fällt mir grad so ein. Ich kann den ja einfach mal ganz blöd nehmen und, äh, hier reinlegen, so. Also meine Autosie sind komplett unterfüttert, weil einfach die Geschwindigkeit der Maschinen verringert wurde. Von Anfang an war es, äh, das hab ich schon mal erwähnt, von Anfang an war es geplant, dass die, ähm, generell langsamer laufen. Je komplizierter es wird, umso, äh, schneller laufen die und, äh, ja. Pulverizer gehört halt zu dem vorletzten langsamen. Autohemra ist noch langsamer. Und, ähm, was wir brauchen ist eine Zag, Bio-Zagmel, ne. Was wir brauchen ist eine Zagmel, Zagmel, so rum. Die ist von Endio. Ähm, aktuell ist Endio dazugekommen übrigens. Ähm, und deswegen müssten wir vielleicht das Gerät machen. Der einzige Vorteil, den ich grad habe, das macht man aus einem Pulverizer. Und das heißt, ich kann die Maschinen, die ich hier habe, wiederverwerten, einfach mal upgraden, sozusagen. Und, äh, ja. Andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob diese Zagmel jetzt auch die Augmentation soll, vielleicht muss ich hier umbauen. Das heißt, ich muss das Zagmel mit einem Kabel rausziehen. Das zerstört mein komplettes System, was ich hatte. Und da müssen wir noch was anderes überlegen. Aber ich sollte mich mal ranmachen und die vielleicht Craft oder die Ressourcen mir mal besorgen. Ansonsten habe ich noch was anderes gemacht. Und ich habe hier mal neue Factory Machine Blocks gemacht. Ich habe super viele Ressourcen da reingeballert. Und, ähm, bin noch nicht ganz fertig. Ich wollte eigentlich sogar noch mehrere machen. Aber, äh, naja. Die brauchen wir immer mal. Und es gibt noch so eine Maschine, die man mir gesagt hatte, die kann man verbinden, um, äh, Erde, ja, zu stellen. Indem man mal die Slag und so abpumpt. Und das Teure war einfach immer dieses Machine Frame hier. Guck mal. Du brauchst... Ah, nee, warte. Das war ein Kabelston. Du brauchst hier, wird in dem Rezept ein Assembly Table, ein Machine Frame Hardened, dann ein paar andere Komponenten, ein paar Gears noch. Dann brauchst du, um Machine Frame Hardened zu machen, brauchst du ein Machine Frame plus MV-Kapasitor, Steel Mechanical Komponente, Electrum Gear und so. Dann brauchst du, um das herzustellen, nochmal einen LV-Kapasitator und... Ja, ich weiß, als Capacitor, aber... Egal. Ähm, ja, also kurzer, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein bisschen offline oder offscreen hier gestanden. Ohne Aufnahme habe ich das alles vorbereitet, weil das sonst zu ewig dauern würde. Einerseits halt, um dieses Slag-Ding zu basteln, andererseits um mehr Barfield Generator zu machen und einen zweiten Harvester, denn ich würde hier gerne einen zweiten Harvester hinstellen. So, der steht von hier. Zeigt nach vorne. Genauso wie der andere nach vorne. Und die Seeds werden ja vergrößert. Und dann geht hier wieder ein Rohr nach unten. Ich habe das auch hier komplett einmal umgelegt gehabt, das Rohr. Und alles, was hier hinten stand, habe ich erstmal nach unten gelegt. Bam! Und das gucken wir uns gleich an. So, runter geht's. Und ich glaube übrigens, dass der Tank unten voll ist, plus alles andere auch. Und deswegen fliegen die Möhren raus, weil die... ähm... Weil die Bio... Weil der Bio-Reactor voll ist oder so. Ja, das ist wahrscheinlich alles voll. Ich verproduziere allein jetzt schon so viel, dass das einer gar nicht verarbeiten kann. Gut, ich ziehe auch keinen Strom raus, aber los in die Beile. Ich habe auch gar nichts reingeleitet. Ähm, ja. Äh, ja, voll. Die Kiste ist voll. Und, ähm, einer, der kann so schnell Bio-Fuel erzeugen, so viele können die Bio-Fuel-Generator gar nicht verbrauchen. Ähm, was ich versuche, ist vielleicht hier ein bisschen mit der Stromproduktion mitzuhalten, die so einen, äh, Bio-Diesel-Generator macht, der halt ein bisschen anstrengender und um schnell hier noch zu craften ist. Vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, um es gemacht zu haben, aber die Grund, äh, Stromversorgung würde ich jetzt gerne mal auf diesen Wege probieren, weil ich es immer gerne auf anderen Wegen mache, als, äh, die meisten anderen. Wenn viele das halt so machen, dann mache ich es halt mal so. Und, äh, das geht auch. Einer von denen produziert 320 F pro Tick. Und wenn ich 10 Stück davon habe, sind das 3200. Und wenn ich 20 Stück davon habe, sind das 6000 F pro Tick. Und das ist schon mal das anderthalbfache von einem Bio-Diesel-Generator. Das heißt, äh, ja. Und ich schätze mal mit zwei Harvestern kann ich so viel produzieren, da sich, äh, 20 von diesen Bio-Diesel-Generator betreiben kann. Und dann habe ich schon mal mehr Strom als, äh, die anderen. Das heißt, das funktioniert also höchstwahrscheinlich auch. Ich werde das hier unten ein bisschen vergrößern. Ähm, hier kommen weitere Pipes halt dran. Bapapapapam. Und das geht dann hier so in der Reihe einfach. Und, äh, da wird der Strom dann rausgezwiebelt. Und dann habe ich hier wahrscheinlich so ein kleines Umspannwerk. Also, so ein Energy Cube, der einfach die Energie speichert mit 20 Millionen. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt das Enderium hinkriege. Habe ich genug Enderpellen habe, dann mache ich nämlich so eine, ähm, Enderium-Speicherzelle. Die hat 80 Millionen F. Und dann davon muss ich, ähm, mehrere Kabel, also vier Emerald-Kinesis-Pipes oder so, weil die Übertragungsrate hängt ja davon ab, wie viele Emerald-Pipes ich angeschlossen habe. Das einen können 2000 F pro Tick rauskommen. In den zweiten Energy Cube sozusagen, einfach um doppelt zu speichern. Und von da kann ich dann die Kabeln einzeln rausziehen. Ähm, eins nach hier, eins nach oben, eins nach unten, eins nach hier und da, da, da. Und alles versorgen. So habe ich mir gedacht, dass das hier irgendwie so reinkommt. Und damit ich auch mal die untere Plattform hier benutze. Ich weiß, die, ganz streng genommen hätten wir alles nach oben machen können, aber ich, sollte halt oben ein bisschen schöner noch aussehen. Ich habe auch hier, habt ihr das schon gesehen? Ich habe hier umgeswitcht. Ich habe mal den Strom, den ich hier von den Thermo-Electric Generators benutze, in die Kinesis-Pipes gepumpt. Und ich habe jetzt hier auch mal eine Emerald-Pipe reingesetzt. Und da kann man sehen, die kann ein bisschen mehr speichern und hat eine Transferrate von 2000F. Und das reicht aus, um alles zu bepowern. Das ist hier von dem linken Turm, also das von dem hinteren Turm. Und hier führt das dann nach vorne, beispielsweise zu meiner Erzproduktion. Und das Besondere hier ist, man sieht den Strom da drin. Wenn jetzt hier, manchmal wird der Strom dicker, dünner, dicker, dünner, je nachdem, wie viel das verbraucht wird, kann das nach hier vorne. Wenn hier unten die Erzmaschine läuft, also die, das hier durchschmilzt, wenn im Redstone fern ist, dann geht der Strom halt hier rein nochmal. Ist aber komplett voll, das heißt, deswegen braucht es gar nicht. Und, äh, ja. Das ist so der aktuelle Setup, den ich habe. So. Und jetzt fangen wir mal an. Ähm, ich brauche einen zweiten Harvest dafür oben, damit ich genug herstelle, sozusagen. Dafür brauchen wir halt so ein Machine-Frame. Die brauchen wir halt immer wieder. Und für jeden, ähm, Bifield-Generator brauchen wir das auch. Und für jeden Bifield-Generator brauche ich hier auch nochmal, ähm, neue, ähm, Blaze-Rots. Dann muss ich wieder Angry-Dolls machen mit den Nether-Words, die ich habe. Und so weiter und so fort. Und au, noch eine kleine Sache noch. Ich habe nochmal eine Lava-Produktion automatisiert nebenbei. Ich habe hier vorne immer die Kessel gehabt, per Hand reingelegt, bla 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 bla. Ich war immer so frei und habe einen so einen, ähm, äh, Reinforced-Portle-Tank gemacht, der 128.000 MB speichern kann. Und, äh, war mal so nett. Und habe den mal hingesetzt. Jetzt habe ich 128 einmal Lava und das reicht, glaube ich, für das erste Haus. Mehr kann ich auch gar nicht speichern. Und, ach, ich würde, ich würde gerne mehr Flüssigkeit speichern. Aber das Problem ist, es geht immer nicht so. Einfach, es gibt kaum guten Fluid-Speicher. Es gibt eine Deep-Storage-Unit, wo du endlich, ähm, Zeug drin speichern kannst. Aber bei den Tanks kannst du eine maximale Größe, glaube ich, hinkriegen. Oder auch jetzt Plastik-Tank. Na, 4.000 MB, das ist auch nichts. Ähm, bei den Tanks kannst du eine maximale Größe hinkriegen von hier, ähm, warte, die Reinforced 512.000 MB. Aber da brauchen wir der Endarium. Und für die vier Endarium brauche ich acht Enderperlen. So viele Enderperlen habe ich nicht. Ich würde die Enderperlen gerne nehmen, um so eine Reinforced-Speicherzelle zu machen und bla 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 bla. So. Genug vom Gelaber, was heute so passiert ist, oder zwischendrin. Ich bin immer mal nebenbei ein bisschen am Spielen. Ich denke mal, das ist okay, damit wir gut vorankommen. Und so weiter und so fort. Und das heißt, wir kümmern uns jetzt erst noch mal um den zweiten Harvester und bauen da vorne das Ding weiter aus. Und dann habe ich wirklich eine richtig saftige Produktion. Finde ich gut. So, Shears und Plastik-Sheets. Na, das geht ja noch hier, äh. War ja, äh, nicht, äh, so teuer, diese Harvester. Shears rein, Plastik-Sheets und dann haben wir auch schon den zweiten Harvester. Hey, das gefällt mir. So. Und den stellen wir hier vorne. Mal gucken, dass wir die noch richtig platzieren. Ich weiß, das Feld ist leider nicht symmetrisch, deswegen muss ich ein bisschen gucken. Ja, genau so. So. Hier geht's dann jetzt halt runter. Ich hoffe mal, dass hier unten drunter kein Beut. Das heißt, ich werde da ein bisschen weiter bauen müssen. Und, äh, was auch genauso gut passt, dieses Feld ist genauso groß wie dieses hier. Und da kann ich mal rangehen. Ich hatte ja gemacht, so alle, so drei, vier und dann vier in die Mitte. Dann wieder von vorne. Eins, zwei, drei, vier. So, drei, vier. Also hier. Kann das sein, dass hier eine Quelle hin muss? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da muss eine Quelle hin. Das reicht. Eins, zwei, drei, vier. Passt. Perfekt. Ist genau gleich groß, das Feld. Und hier hinten muss ich gucken, eins, zwei, vier, hier. Dass hier einfach jetzt zwei Wasserquellen reinkommen. Und dann, äh, läuft die Sache. Könnte ich hier vorne rausziehen. Das ist ja noch normales Wasser. Zum Glück kein Witchwater. Hier ist irgendwie, hier waren diese Kühe gespawnt oder so. Und es kann sein, dass die sich hier draufgestellt haben. Und diese Barrels haben aus Kühen die Milch rausgezogen. Ich meine, nur zu, höh? Seit wann geht denn das? Habe ich mich gewundert. Naja, ich müsste da noch ein paar von den, ähm, Teilen übrig haben. Von diesen Sticks. Die werde ich jetzt gleich hier platzieren dann. Aber zunächst ist das mal das Feld behaken. Und die Seeds werden sich jetzt einfach automatisch weiter verbreiten. Ich kann auf Regie die Ding reinstecken und dann diese Holzdinger reinstecken und dann verbreiten die sich von alleine weiter. Die werden auch nicht schlechter. Am Stream hat man mal gesagt, dass wenn die sich weiter pflanzen von alleine oder durch Kreuzungen, dann können die auch schlechter werden. Ich habe es jetzt nichts festgestellt. Ich habe einmal das komplette Feld abgeändert. Äh, Pferd. Ich habe einmal das komplette Feld abgeändert. Halt mir leid, ich bin gerade so aufgeschwanden. Bin noch ein bisschen ballerballer. Ähm, habe ich einmal komplett abgeerntet und es waren alle auf Stufe 10. 10, 10, 10, alles. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Gut. Hier läuft das jetzt. Ähm, hier geht dann die Pipe runter. Unten muss ich halt dann die Steinplattform ein bisschen vergrößern und das Kabel dann vorne zum Biofuel, ne, zum Bioreactor ziehen. So rum. Ähm, genau. Dafür brauche ich ein paar Kabel. Ich brauche keine Wooden Pipe und Sachen rauszuziehen, weil der Harvester die automatisch rauskickt. Ist schon mal ganz praktisch. Gut. Dann, ähm, das brauche ich. Ein bisschen Steine für unten. Achso. Mit Shift am besten, wenn es geht. Um dann die Steinplattform zu bauen. Mit Chisseln mache ich die schön. Keine Ahnung, der normale Cobblestone. Ja, ich mache die ein bisschen smooth, ein bisschen glatt, ein bisschen fein. So, sieht schon aus. Und dann, ähm, ja, platziere ich das unten. Mal gucken, ob ich diesen Biofuel Reactor so ein bisschen zentralisiert platziere. Und dann, ja, gucken wir mal. Okay, also hier vorne geht's hin. Ich bin auch, ich mach nicht mehr einen Doppelboden hier, weil das ist zu anstrengend immer, oder? Braucht zu viele Ressourcen und bringt auch nicht so viel Bing. Aber was habt ihr nicht gehört? Handy hat gerade gebimmelt. So, dann. Okay, ich muss einfach nur da ran, da die Goldpipe gleich runterziehen. Ah, hier. Ich muss immer aufpassen, den Runterfall. Also bis hier habe ich noch Holz drunter gehabt, aber ich weiß nicht, ob das so einen krassen Mehrwert hat. Ich mache das einfach mit Steinen hier, die Plattform voll. Im Prinzip, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Optik, dass wir einfach so zwei Steineben haben, die in Luft schweben. Aber, ähm, ja, doch, kann man, man kann es noch ein bisschen optimieren später mal. Mal gucken. Also hier muss ich sowieso noch vergrößern oder verbessern, wie auch immer. Ja, ich habe jetzt gleich genug Fläche, um da ran zu kommen. Ja, wir kommen ran. Wir kommen ran. Habe ich noch? Okay, haben wir noch genug Steine übrig. Da fliegen die ganze Zeit Möhren runter, weil einfach hier der Biofuel Reactor komplett voll ist. Tut mir ja leid. Aber, dann wird da gerade mal was fürs Nichts produziert. Bevor der Setup hier unten nicht steht, brauche ich eh nicht so viel. Schau wieder. Bing. Also, warte mal. Da, 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 da. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe das mal eben schnell so fertig gebaut oder zugemacht. Ähm, die Pipes oben dran gesetzt und dann geht das hier runter. Und manchmal würde ich eigentlich noch mal überlegen, ob ich hier so ein bisschen, genauso wie hier, das sind die Holzdecke, so einbette, weil wir sind ja die ganze Zeit Slabs platziert. Und dann, ja, darf ich das mal gleich machen. Ähm, ich bin am überlegen, diesen irgendwie in die Mitte davon zu setzen. Und dann, ähm, ja, mal gucken, würde ich sagen. Oder? Ähm, na verdammt, das war nicht gut. Ach Gott. Diese Block-Setzungs-Bugs. Pass auf. Hä? Zeh mir keinen. Jetzt. Ähm, pass mal auf. Ich mache das mal doch hier runter. Bis auf den Boden. Oder so. Und dann, äh, ziehe ich mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich ziehe das einfach mal irgendwie hier so in die Mitte. So, und diesen würde ich dann halt irgendwo in die Mitte setzen, sozusagen. Sodass die Items von zwei Seiten reinkommen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ich hoffe mal, dass man seitlich hier reinfüllen kann. und nicht nur von oben. Ansonsten darf ich wieder mit einem Eisenpipel basteln. Ähm, warte mal. Ähm, wie viele Blöcke haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit, klatschle, klatschle, klatschle. Siebzeh. 18, 19, 20, 21, 22. Also haben wir, ja, keine Äh, äh, gerade Mitte. Mal wieder. Hm. Oh, lol. Hier steht ein Enderman. Den könnte ich mal battlen. Oh, Enderperle. Lol, der hat nicht viel Leben gehabt. Ja, geil. Easy Enderperle. Enderium, I'm coming. Ja, entweder das so oder... Das wird dann eine Designfrage. Schiebe ich mal nach hinten auf. Ich habe noch Wicht... Oh, lol. Das ist noch ein Enderman. Komm mal her. Ja, der ist jetzt... Leider runtergefallen. Normalerweise Porten, die sind immer irgendwie hoch oder so. Kann das sein. Aber, ähm, ist schon mal passiert, dass die runtergeplumpst sind und komplett weg waren. Was wir jetzt brauchen, sind mehrere von diesen Generators. Und den zweiten Hafster sollte ich erstmal oben anfangen. Ach, komm, ich mache jetzt mal das Feld oben fertig, damit der funktioniert. Dann mit dem Strom anschließen werde ich erstmal, denke ich, nicht. Aber das rede ich jetzt auch noch. Ja, schön. Pass auf, hier ist die Grünzeugkiste. Und da sind die ganzen Cropsticks. Und die werde ich jetzt mal hier platzieren, damit es von alleine hier, das Feld sich erstmal verteilt. Ähm, ich werde mich da mal drum kümmern müssen und ganz viel Blaze Rods farmen. Für jeden Generator zwei Stück. Da muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich das irgendwie vom, ja, größeren Stil machen. So, mit Shift platzierst du automatisch zwei auf einmal. Deswegen shift ich gerade. So, 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 so. Bam. Nein, warte. Das war nur einer. Ja, vielleicht muss ich noch Sticks nachmachen. Mal gucken. Ja, ich muss wahrscheinlich noch Sticks nachmachen. Ein paar. Cropsticks. Okay, gut. Ähm, das wächst jetzt hoffentlich gleich mal runter. Ah, hier kann man es schon sehen. Ha, die ersten haben sich schon verbreitet. Den Rest, den mache ich auch noch voll. Und unten muss ich halt mal gucken, wie es so richtig hinsetzt. Den Generator mehr so in die Mitte. Dann von beiden Seiten vielleicht Kabel angeschlossen, sodass da die Möhren reinfliegen. Und dann, äh, ja. Sollte auch doppelt so schnell produzieren. Und dann können wir super viele von den, ähm, Biofuel Generatoren bepowern. Und dann haben wir endlich diese Sachen mit dem Strom, glaube ich, größer als abgehakt. Würde ich sagen. Ja, also im Prinzip sind die recht easy zu craften. Ich habe auch alles schon vorbereitet. Das Einzige, was ich brauche, sind jetzt noch Blazerots. Wie man Blazerots macht. Man braucht halt die Angry Dolls. Und davon darf ich ohne Witz ein paar einfach mal machen. Ähm, mit halt Blazepower. Davon habe ich genug. Glauz habe ich auch genug. Redstone ist okay. Und Nether Ward, die habe ich vorbereitet. Mehrere Stacks. Und die unten auch nochmal stackweise. Also das ist, äh, nicht verkehrt. Mal sortieren hier schön. Und, äh, ja. Was ich jetzt auch noch wieder brauche, ist Clay. Oder Porcelain Clay, genauer gesagt. Brauche ich normalen Clay. Und dafür brauche ich Sand. Und, ne Quatsch, Dust. Den habe ich glücklicherweise hier hinten. Ähm. Plus Wasser in einem Barrel drin. Und das kriegen wir auch noch hin. Und, äh, ja. Dann. Sollte das laufen. Dann mache ich mal, pass mal auf. Dann kann ich mal hier eins von den Barrels oder so abbauen. Hier mal irgendwie zur Seite setzen. Ist da noch immer noch Milch drin? Oder ist die wenigstens weg? Ja, und dann benutze ich das mal ganz kurz zum Clay machen. Aber dafür darf ich die Barrels nicht auf das Mycel stellen. Sondern muss es woanders hinstellen. Denn auf Mycel wird es sofort zu Witchwater. Und dann kann ich kein Clay mehr machen. Äh. Meint ihr, was geht hier? Oder wird es auch noch zu Witchwater, weil das zu nah dran ist? Verdammt. Äh. Den weg. Den da hin. Den da hin. Willst du Witchwater? Nein. Es bleibt zu. Okay. Es bleibt. Es bleibt. Es bleibt. Es bleibt. Ja, das ist jetzt meine Dust-Produktion. Äh. Meine Clay-Produktion. Dann mache ich hier ein bisschen. Egal. Das werde ich aber dann wahrscheinlich off-screen machen. Bereite alles vor. Und dann in der nächsten Folge gehen wir hin und setzen die anderen Beifeldgenerator. Und verknüpfen das alles. Und dann wird es eine schöne Sache. Gut. Dann Ende der Folge. Wir sind schon ziemlich weit. Bis zum nächsten Mal. Lass krachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.